Los, haben wir gleich, haben wir gleich Ich fand schon so ein Typ, oder? Wo ist der jetzt hier? Vor uns, geradeaus Ja, wo ist denn der jetzt? Geradeaus, hinter den gelben Mülleimern, keine Ahnung Mülleimer, wo ist denn der gelbe Mülleimer? Äh, grüne meine ich, sorry Ich habe gesoffen, hier sind keine gelben Mülleimer Weil grüße, der ist tot Du hast gesoffen, hier sind nichts gelbes Na und? Hinter mir Mann Was hast du denn für gelbe Mülleimer hier? Ja, grüne, Alter Was hast du denn bitte getrunken? Was hast du denn Aids getrunken oder was? Grün und Gelb ist doch fast das gleiche Ja komm, sag doch gleich wieder kariert Da weiß ich, wo du meinst Na siehste, hättest mal nur gesagt, hä? Ja, hättest mal OOOOOOHHH Ich geh jetzt nach links in den Liderkarrieten Hochbau Schaut mal so als Info, ne? Ich werd von rechts von den Blaukarrieten Hochbau beschossen Die Fresse! Ja, ich muss doch hier nur die Fahrbahn sagen, ne? Bist ja Bescheid! Pfff! Drei Gekehrt, Mann! Ja, was denn?! Hier, ich bin im siebten Himmel! Ja, achso! Seid, der Gegner! Bam! Ja, läuft! Spaß, süß, ey! Ja, A ist im Arsch und B ist auch im Arsch, also wir haben gewonnen! Ah, hier! Luftschüssel! Bam, 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 bam! Und jetzt bin ich... Ich wurde noch von der Handgranate geholt! Wollt ihr mich verarschen?! Oh, der Sniper! Und 10 Sekunden response! Ja toll, ich wurde jetzt noch geholt, ey! Und Benz kann sich jetzt ausspannen, because er ist im... was weiß ich... im Arsch! Ja, guck dir das mal an! Nur weil das so ein Spasti ist! Und jetzt steht dieser komische Klaus-Spacken da und versucht irgendwas zu hören! Oh, 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 da fand ein Panzer! Oh, guck mal! Zwei Panzer! Brennhäuser! Habe ich ja noch gar nicht gesehen! Ey, ich hab 1 zu 9 Stats, ey! Ich könnte grad... Ich könnte grad echt weinen, ich hau grad meine KD voll in den Keller, ey! Das macht's geil! Ey, Benz, ich hab ne bessere KD als du, als halt die Kressel! Ja, schüss! Ich guck dir gleich nach, hallo! Ja, ich guck nach! Guck ruhig! Ich weiß, dass ich ne bessere KD als du hab! Jeder hat ne bessere KD als du! Hallo, du mit deiner 1-2-KD da! 1-2! Nein! Kann mal einer noch Panzer fahren! Rabbe! Kannst du mal vorne da links zu dem Panzer-Spawn gehen? Also da links, da wo ich immer hingehe! Genau! Da wo du jetzt grade hingehst! Ja! Dann kannst du mich nämlich mal so ein bisschen decken vor Snipern, die mich immer mit Mörsern zuhauen! Das nervt nämlich ein bisschen! War mein Plan! Weil die blöden Snipern sich immer rum auf den Berge setzen wollen! Ja! Wir haben noch 2 Gegner! Ich glaube so viele Sniper haben wir da nicht! Warte! Wieso haben wir denn nur noch 2 Gegner? Was soll denn das? Gute Frage! Ich weiß es nicht! Das geht ja eh nicht! Oh ja! Klar! Und wo? Na ja! Auf jeden Fall hat er sich geholt! Ja! Aber halt irgendwie fies! Ja wo ist er denn? Weiß ich nicht! Ja gerade raus! Tank! Ich seh ihn nicht! Kann immer einer markieren? Hab ich! Bitteschön! Wo denn? Hardcore! Ich seh nix! Ganz rechts ist einer! Ja ich seh noch nix! Ja ganz einfach deswegen! Hardcore ist! Deswegen sieht sie sich! Ganz rechts hinten beim Berg ist einer! Ja aber wenn du merkierst, wirst du dich in einer nix sehen! Nein! Hardcore! Das ist echt Hardcore! Das ist doch kein Hardcore! Krass Hardcore! Wieso spielen wir denn Hardcore? Na weil du's! Wie tut das? Wieso ich? Dreh dich mal ein bisschen nach rechts Famous! Rechts? Hier ich bin rechts! Rechts weiter rechts drehen! Noch weiter? Weiter weiter weiter! Was ist denn jetzt? Jetzt hab ich einen Bomben vor dem Gesicht! Ich hab einen Bomben vor dem Gesicht! Jetzt ist er weg! Weil der Gegner panzt er denn! Ach da! Jetzt seh ich ihn! Guten Morgen! Jetzt ist er down! Na toll! Nicht hier den weg haben, weil ich ihn angeschossen habe! Boah scheiße! Ich hab ihn vorher schon angeschossen! Verdammt! Ist da noch einer ausgestiegen? Nein! Ist da noch einer ausgestiegen? Die Drohne ist in der Luft! Die Drohne ist in der Luft! Ja! Die hab ich grad voll in die Fresse gekriegt! Ja wo ist sie denn? Ich seh sie nicht! Wo ist sie denn? Ja! Ach komm lass doch mal eben noch in den Server, sonst hinken noch zwei Leute! Aber sie töten! Ja! Und dann vielleicht mal Softcore! Ich weiß nicht wof was mein Kollege hier schießt aber... Na auf dieser Drohne oben! EEP! Die kann ich nicht treffen ich bin zu weit unten AHHH! Die ist down! Ah! Die ist down! Anscheinend! Oh! Hier kommt nen Jeep Oh, der war auch dauernd Oh, der war auch dauernd Panzermaster Ten kommt, die Straße Wo? Straße, links, rechts In der Mitte Links Was hab ich gerade geschossen? Ich hab irgendwas links geschossen Aber ich treffe es nicht Du linke Barzille, du Da, ich hab mich markiert Im Software hätte ich mich jetzt markiert Aber ich treffe mich nicht Das ist mein altes Mörser jetzt Der andere ist rechts wieder unterwegs In seinen Felsen Ist das schon vor uns? Wo denn? Ihr sehn dich doch nicht, Rabe Ich sehn dich doch Ich sehn dich so viel markieren, wie ich süßlich bin Da hinten Da Ja ich seh ihn, ich seh ihn Ich hab ihn, tut mal leid Ja rechts ist der Tank Da, da läuft er, äh fährt er Wo? Da hinten, da wo grad alles in die Luft geflogen ist Ich seh ja ganz viel weniger Ich treffe ihn nicht, alter Meiner kleinen Penis-Kugel-Kuppel Wieso treffe ich den denn nicht? Oh, ich bin tot, wieder mal Ich seh ja irgendwas anderes in die Luft Eins, drei, ja Achso, da ist der Tank Ab ihn einmal Aber kannst du reparieren? Ab ihn nochmal? Nein, den Sniper Jetzt scheiße, jetzt repre ich ihn nicht mehr Verdammt Wurms, voll voll gefahren der Kerl Ja ich hab mit daneben geschossen, ey Wo ist er hin? Weil er da rechts gefahren wurde Da hinten, links Oder so Ab ihn nochmal Ausgestiegen Noch einmal Ist down Ist down, aber er ist da Der ist aber ausgestiegen, der ist da rechts gelaufen Ich geh mal hin Irgendwo rechts an den Bäumen, da Wo ich grad nicht ist Ich sterbe und geh hin Weiter rechts, äh Noch weiter rechts Er ist schon bei den Bussen etwa Nein, noch weiter Ja Ja, da Ja, irgendwo da ist er hingelaufen Was weiß ich denn? Ist tot Wurkrat von dem Tank Guck mal, Wetz ist dauerhaft tot Der spielt schon wieder gar nicht mehr mit Es sind doch noch zwei Gegner, hast du gesagt Ja, und das ist ein Grund nicht mehr mit zu spielen Zwei Gegner Kommen wir suchen einen neuen Server Achso Und? Mir ist Zu doof hier Jo Ich muss jetzt Litchy halt ne neue Aufnahme Aber wochen ist mir auch egal Warte ich spende jetzt Tanks Aufnehmen Kannst dich ja beschweren gehen Und töten Äh tot Ich geh schon wieder rüber Fuck Mal gucken wie lange das jetzt dauert hier Ich komm einfach wieder rüber Du hast ja die ganze Zeit versuchen rüber zu gehen So Ey ich bin wieder da Leute Ey Jo Oh nein Ich bin wieder weg Oh Litchy ist wieder weg Oh Mensch Das hat mich ja lange nicht mehr gesehen Und Tierwechsel Okay Und Ich bin wieder drüben Hihihi Litchy wechselt so lange das Tier bis wir alle von alleine da geht Oh Wieder drüben Oh Mann Oh Mann Hey Alter Ja Litchy ich glaub du musst ehrlich warten bis Äh Ich wechsle einfach die ganze Zeit hier Ja toll dann bist du die ganze Zeit am Leben und Tod Ja Am Leben und Tod Aber ich kriege weder Null noch Ache Oh jaaa Yay Ich will nicht rüber Also ich will nicht hier sein Guck mal Ich bin wieder weg Und ich komm wieder rüber Hat den Ich bin wieder weg Ja Jetzt Ne warte mal Sag mal Vielleicht wenn uns gleich einer joint dann muss ich sofort rüber wechseln Ojaaa Dies kommt bestimmt noch Einer joint bestimmt noch La 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 Was war terminier's denn jetzt Oh jetzt oh Weil bei euch klar Hat den gejoint Warum kommt denn der nicht Hier ist einer Hier ist einer vor mir Wets ist weg Ab ihn Ab ihn Wets ist weg Ja Nein ich bin nicht weg Doch alsorians Teil Jetzt anderes Wir sind im Gegnerteam. Achso! Ja, Wetz, because du spielst einfach nicht. Du bist immer nur auf dem Desktop und machst gar nichts und dann hast du halt selber Schuld. Ich kann gar nicht switchen, also was denn? Ich werde den BF3-Laufs das genauso ab. Dann sagst du, Wetz, oh ja, ja, ich bin da und dann erst mal wieder auf dem Desktop, wieder bei Vorfucker oder so. Ich hab's mir auch mit drauf. Ja, 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 ja. Ja, es ist immer alles wichtiger als alles andere und dann muss er wieder so Vorfucker gucken. Oh, 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 habt ihr das gesehen? Oh, total toll, ne? Nein, bitte. Und dann sagen wir zuerst so, ja, ey, da hast du mal die Map gesehen? Ne, kenn ich nicht. Weißt du, warum ich die nicht kenn, weil ich da vorfucker rumhäng. Ich mach hier. Weil ich mir so ein Nerd bin, weißt du? Ich bin so Kellerkind und ich weiß nicht, was ich da vorfucker eigentlich mache. Ja, der kommt rein. Außenrum, 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 außenrum. Da ist er, da ist er. Hat einen drin? ärgen. Schabies, nicht. Hat noch einen drin? Äh, zu A geht einer. Ah ah ah! Hast du grad die Rakete gesehen? Die ist abgeprallt! Ah, ja. Stelle es jetzt ja. In, in A und hinter A. Was ist das drin? Hauptschlaf. Typ ist hinten bei B. Ich bin doch Timesצ ist wichtig! Da ist drauf? Ich bin ein Freund, was holt ihr denn? Mach dir noch anders, oder? Ist einer drin. Auf jeden Fall ist er aufgeschossen. Ach, da ist er! Oh, fuck ey, ich schieße drauf und sterbe! Hallo? Ich weiß nicht, wo der ist! Wo ist denn der? Rechts von B, jetzt... Immer bitte zwei Leute in A rein. Ich spawne mal bei dir. Einer wollte in A reingehen. Ich spawne bei Rabe, da ist ein Sicherer. Glaub ich. Ich geh zu A rein. Ja, spawne halt bei Rabe oder was weiß ich, spawne halt irgendwo. Auf jeden Fall spawne einer bitte bei A. Na, ich geh zu A rein. Ja, ich geh bei A rein und deck da. Lege C4 auf die Krippe. Ich hab dir die rechte Seite gedeckt und Rabe hat anscheinend die linke Seite gedeckt. Was gedeckt? Nimm ich jetzt einfach mal so an. Ich decke hier grad den Baum. Oh cool, ich seh's von hier! Spring, spring! Ist doch die linke Seite, dein komischer Sexualbaum. Der hat auf jeden Fall einen großen. Der hat auf jeden Fall einen großen, der Baum. Der hat einen Quad. Jo. Er ist tot. Ja, ich wollte ihn auch grad töten, aber du hast ihn mir geklaut. Soll ich halt machen? Oh Drohne, Drohne, Drohne! Hab markiert. Hab sie erwischt? Ich hab sie nicht erwischt. Hab sie ein paar mal erwischt. Mit der Shotgun hier Drohnen töten ist relativ blöd. Geht immer durch die Bäume, das hilft manchmal. Ach, ich geh jetzt gleich ey. Vor mich steht ein Gegner! Stammt! Der geht jetzt zu A hoch. Echt? Pass auf Litchi, geht zu A hoch, geht zu A hoch. Zwei Stück. Einen hab ich und den anderen auch. Ja, noch einer. Ich hab ihn. Also ich hab's ja alle. Was, noch einer? Wie du hast alle? Oh, das ist dauernd. Fuck! Scheiße, jetzt hab ich die Finger drin gelegt. Scheiß drauf. Heli kommt. Ich hole den Heli. Was hast du denn gerade gesagt mit? Er geht das Penner gesagt. Achso, du bist der Heli. LOL. Oh fuck! Sollst du den nicht mal hier kurz landen? Bei mir? Nimm mich mit. Ich bin hier. Nimm mich mit. Nein, nicht da. Hier. Rechts, mein ich. Ich werf zu viel dran. Wir packen ihn bei den. Ich weiß, was wir die packen. Ja, so. Ja, 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 ja. Na, genau, ein bisschen tiefer. Oh, Rakete! Oh, 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 oh. Vor A, vor A, vor A. Warte, ich mach die noch mal vor mir noch mal heils. So. Bitteschön. Ich kann nicht spotten. Oh, hab'n guter S-Körn. Das ist der Tank. Geht unter uns direkt. Wo ist der Tank? Geht unter uns direkt. Ja, klar. Wir werden's nochmal bei A drin. Und warte da. Oh, oh, wir werden beschossen. Oh fuck. Vor A. Tank, 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 tank. Ja, ja. Ja, wir schießen schon drauf. Geht das hier? Ja, na klar. Mit der Medigang hast du immer drauf ballern. Ist grad ausgeschrieben. Geht's ja. Oh, ist tot. Hab ihn. Leute, ist einmal so umgefallen. Hier unten an dem, äh, genau da, da unten steht einer. Warte auf. Warte, ich dreh mal kurz. Dann müsstest du ihn sehen. Siehst du? Ja. Jetzt einfach mal in den Tank. Hab ihn. Sauber. Mach das mal in die Pfeile, ne? Ja. Oh fuck. Ich bin rein und da, oh nein. Nein. Sehr schön. 100. Sehr schön. Sehr schön. Ja, wir chillen hier von oben. Pass auf. Ich komm mit rein. Hä? Ich komm nicht mit rein. Und wo kam das denn bitte? Das kam aus unserer Base. Echt? Ja. Das kam aus unserer Base. Min. Oh ja, 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 ja. Was? Wieso hab ich denn Teamkill gekriegt? Wir gehen jetzt alle zu A zu A. Ich hab gar nichts gemacht. Du hast die Mine aktiviert. Der soll sich mit der Mine in den Arsch wecken. Ich hab gar nichts gemacht. Bei A drin. Spassier. Einer. Einer.